Hallo und herzlich willkommen bei... Hör doch mal auf mich anzugucken, das macht mich voll nervös. Na gut. Ich lasse es jetzt so, ich überrasse es nicht nochmal. Also Let's Play Together, ne? Dragon Age 2 mit uns, so. Ja, uns reicht es, das sind die Nase. Genau, reicht. Das müsst ihr nicht wissen. Okay, ich würde sagen, fang von vorne an. Das hältst du davon? Ja. Okay. Na, ja. Wir wollen ja unseren Zuschauern was bieten. Ja, könnte sein, dass jemand schon mal gewählen hat. Komm, wir nie mit Mann-Typen. Sehen wir mit Mann-Typen. Typen? Boah, nee. Man hat einfach stohlen und schlösser kann. Lesen kann wo jeder gilt, dass man schlösser knacken. Ey, Alter. Das geht nicht. Lass uns einen Magier nehmen. Diesmal auch ein Magier. Nein, Magier. Nein, ich nehme ein verdammtes Mädchen. Oh, das ist ja gut, denn nicht, ey. Keine, denn am liebten. Nein, jetzt nehme ich den Kerl so verkackt. Ich verfüsse, ey. Hier, bösartige Geister und so. Toll, jetzt ist er doch ein Typen genug. Ja, hast du doch gesagt. Geh, psch. Feuer. Oh, man hört das knisterlich. Du liest. EA präsentiert. Das siehst du. Okay. Eine Bearware-Produktion. Ich kann lesen. Du sagst nicht mehr. Ich wurde auch schon freundlicher eingeladen. Ich bin Cassandra Pentagast, Sucherin der Kirche. Sehr erfreut. Und, nach was genau sucht ihr? Dem Champion. Welchem? Ihr wisst genau, warum ich hier bin. Es wird Zeit, dass ihr anfangt zu reden, Zwerg. Angeblich sollt ihr ziemlich gut darin sein. Was wollt ihr wissen, hm? Alles. Und zwar von Anfang an. Wollen wir gleich zwei? Eins und zwei. Oh yeah. Mann, ich würde so die Kommentare verkneifen. Da hat's ja mal gar nicht gepasst. Doch, ich fand's schon lustig. Ja, beim ersten paar. Okay, ich hab auch gelacht. Meine Fresse! Wow! Mein Sturm! Mein Sturm! Ich komm! Schuum! Ich guck zur Unschuld! Heute nicht! Boah! Stürb! Oder schwer! Wir oder später müssen wir kämpfen! Dann kann es auch hier sein! Ah! Ich bin der Spalte! Wir sind der Stephanie! Nein, du musst uns denn das! Nein! Ich bin der Spalte! Du bist der absolute Ein Testament! Nein, nein! Ja, das ist das! über meine Arme. Wow, was ist das gesehen? Jetzt schon weggeflasht. Die wollen sich... Nein, weniger, die uns Probleme machen! Nein, noch weniger und drei sterben! Ja, immer. Ja, sehr schlaue, die angerannt zu kommen. So. Was ist dann schon wieder? Ja, ja. Oh nein, du kriegst niemals tot! Ja, okay. Die weg. Wir können nicht ewig so weitermachen. Das hat kaum angefangen. Steht ja aber nicht. Ich bin bei dir. Komm, lass uns das nehmen. Oh, sie sind super nett. Sie sind super nett. Oh, sie sind super nett. Sie werden das schaffen. Sie werden das schaffen. Gemeinsam! Flower Power. Soll ich sie mit meiner Klinge bekannt machen? Nee, jetzt mit. Du gestattest. Alter, ernsthaft. Alter, ernsthaft. Alter, ernsthaft. Seid vorsichtig! Ja, draufsicht meine Klinge! Ja, draufsicht meine Klinge! Oh, hier Triple Kill. Okay. Ne, war nicht das. Äh, ja. Wunderlich. Warum ist der... Okay, ich sehe nichts mehr. Wo sind die... Ja. Ruhlock. Ruhlock. Ich meine nicht, man nennt ihr irgendwie Hürlock oder? So wie Hürlock Schaums oder? So wie Hürlock Schaums. 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 Ja, der hat uns Probleme gemacht. Boah, ich seid nicht immer so aufs Pause. Nyaaang. Wo haut der denn? Na gut, den halten wir mal. Den halten wir Müffel. Krass ist er doch. Komm, den schaffst du. Unglaub nicht. Oho der ist. Oho der ist. Sohn. Okay, wir nennen ihn so nicht. Ja, ich bin wütendlich auf dem Boden. Jetzt kämpft! Ja. Sie sieht bewusst aus wie so ein... Oh Gott, gleich wird er los. Oho, er lag in dir. Nee, du standst in dir. Ich stand in dir. Einer weniger wird das Problem gemacht. Huh? Steht da Opf... Ach, Oger. Opfer! Bänzen. In dein Gesicht. Das will ich auch können. Die nehmen kein Ende. So, Nyo, wir schaffen das. Ach ja. Schaut, dass wir in dem keinen Namen geben können. Tadaaang. Nein. Ja genau, wir trennen alle weg. Alles klar. Oho. Unsinn, so hat es sich nicht ereignet. Weiß euch das wissen. Entsprechend. Entspricht das etwa nicht dem, was ihr gehört habt, Sucherin? Ich interessiere mich nicht für Geschichten. Ich suche die Wahrheit. Wieso denkt ihr, ich kenne die Wahrheit? Lüb mich nicht an. Ihr kanntet ihn schon noch, bevor er zum Champion wurde. Aha. Selbst wenn, weiß ich dennoch nicht, wo er jetzt ist. Warum? Wisst ihr überhaupt, was hier auf dem Spiel steht? Deine Mutter. Lass mich rein. Deine Mutterspiele. Eure kostbare Kirche liegt in Trümmern und hat die Welt an den Rand eines Krieges gebracht. Und ihr braucht die einzige Person, die das wieder in Ordnung bringen kann. Der Champion stand im Zentrum all dessen, als es begann. Wo er auch sein mag, erzählt mir bitte alles, was ihr wisst. Habt ihr keine Angst, ich könnte einfach etwas erfinden. Ganz bestimmt nicht. Ihr müsst die ganze Geschichte hören. Oder was sie erzählt. Ey. Nein. Wir machen. Okay, Schnellhaltung. Wollen wir nicht. Wir haben hart, wir wollen das nicht. So. Äh. Voreinstellungen. Ha. Ja, genau. So sieht das aus. Nein, ich glaub das machen wir mal am zweiten Teil. Also im nächsten Part. Meinst du? Ja. Echt? Na gut. Dann. Ähm. Ja. Pause und so. Warte, zum nächsten Part. Noh. Ja.